Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bespreche ich mit euch mal den Uploadplan von meinem Kanal Benni. Keine Sorge, hier ist jetzt fett zu sehen Landwirtschaftssimulator und Minecraft. Aber dazu sage ich jetzt noch was, nämlich jeden Tag, also von Montag bis Sonntag, wird nonstop um 14 Uhr ein LS15-Video erscheinen. Das kann sein Feuerwehreinsätze, Feuerwehreinsatzmod-Vorstellungen, also allgemein Sachen mit Feuerwehreinsätzen oder so. Oder ich zeige euch Tutorials zum Thema LS15 oder es können auch einfach Let's Plays von LS15 sein. Da könnt ihr euch überraschen lassen. Es wird auf jeden Fall so ein bisschen mehr Struktur in meinen Kanal gelangen. Und das finde ich auch ein bisschen besser, weil dann braucht ihr nicht zum Beispiel um 15 Uhr gucken. Yo, ist ein neues Video on? Ne, immer noch nicht. Dann guckt ihr zwei Stunden später, ist immer noch keins on. Und dann habt ihr irgendwie keine Lust. Aber so wisst ihr, dass ihr jeden Tag um 14 Uhr und um 19 Uhr reinschauen könnt. Und um 19 Uhr wird jeden Tag Minecraft kommen, weil viele von euch sind ja auch Minecraft-Fans und ich spiele Minecraft eigentlich viel mehr als LS. Ich spiele Minecraft fast zwei Stunden täglich und da passieren immer so witzige Dinge, da wollte ich euch einfach mal teilhaben lassen. Und ich versuche eventuell ein Minecraft-Projekt auf die Beine zu stellen, was mit dem Thema Feuerwehr behandelbar ist. Da habe ich auf jeden Fall eine sehr coole Idee und Minecraft können wir auch mal eher zocken als LS15 oder so. Also Minecraft, da bin ich immer auf thebase.net, d.net oder d.e. Und revinside.tv. Auf diesen drei Servern bin ich eigentlich fast täglich zu finden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein bisschen Kritik dalassen würdet, wie ihr das findet, wie ihr findet, dass jetzt noch Minecraft mit auf den Kanal kommt. Es wird sich natürlich nicht hauptsächlich auf Minecraft umstellen, der Kanal, sondern er wird hauptsächlich für Feuerwehrmods, Feuerwehreinsätze, allgemeinen Feuerwehrvideos im Landwirtschaftssimulator bekannt bleiben. Und jetzt zum Beispiel der Notruf 112, dazu mache ich nochmal einen neuen Uploadplan fertig. Dort wird auf jeden Fall jeden Tag ein Video erscheinen und der Polizeieinsatz... Ne, das ist gar nicht Polizeieinsatz-Simulator, der Polizeiautobahnsimulator, der wird jetzt auch noch etwas länger erscheinen, bis das Spiel halt durchgespielt ist. Bis man alles erreicht hat, was man erreichen kann. Und ja, lasst doch bitte mal einen Kommentar da und einen Daumen nach oben, was ihr davon haltet, ob Minecraft wohl diesen Kanal auch beherrschen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.